Könnte einiges bringen. Fast. Die haben mir mal lang überlegt. Oder hier sowas. Mist. Fraktion vernichtet Savoyen. Das ist klar. Wohin zerobert Savoyen. Oh Wunder. Und nochmal eine Eigenschaft erhalten. Ne, ist nochmal besser geworden. Hat jetzt nochmal einen Bonus für die Kommandantur von Infanterieeinheiten. Dann müssen wir das eben nächste Runde reparieren. Kann ich auch nicht helfen. Die Schweden stehen aber noch blöd rum. Und in Paris ist dann auch noch Remy-Demy. Alles klar. Dann, äh. Ah ja. Werkstätten. Sehr schön. Ach guck mal. Die Stadt ist nur arm. Sonst sind die anderen Städte immer sehr arm. Die neu entstehen. Aber so kann man sich mal irren. Calais ist das nächste, ne? In 20 Runden, ja. Lyon ist auch nur arm. Nantes ist auch nur arm. Das finde ich interessant, weil normalerweise sind die neuen Städte sehr arm. Genauso wie hier. Die bringen immer noch eine Menge, aber... Das ist ja in Frankreich irgendwie anders oder so. Weiß ich ja nicht. Naja, gut. Chiri ist auf jeden Fall ein Dorf, wo man dann auch nochmal was bauen kann. Eine Werkstatt, glaube ich. Oder eine Wehbüte. Mal gucken. Ja. Das läuft doch gut. Wir haben jetzt noch drei Gegner. Maratenreich, Schweden und Polen. Die Maraten tun erstmal nichts weiter, aber wir müssen natürlich weiter aufrüsten und dann irgendwann Karnatitscha angreifen. Und ich schätze, an einer direkten Konfrontation mit Mysore wird auch wenig vorbeiführen. Da wir ja nur wohl raufgehen müssen. Ist wohl leider so. Ist aber eine reiche Ruins. Mit Minen und allem drum und dran. Gut, dann würde ich erstmal sagen, weiter geht's. Und ja, schauen wir mal, was kommt. Eine Spion. Santa Fe. Da scheint ja wenig los zu sein, wa? Luise, was hat sie jetzt schon wieder? Ach, Kindchen. Ja, komm, von mir aus. Du bist ja wirklich abgebrannt. Die Spanier haben eine Provinz erobert in Amerika von den Terroristen. Äh, von den Rebellen. Terroristen, der war gut. Genua. Ach, mit Genua wollte ich Handelabkommen schließen. Ja, mal gucken, ob das gleich funktioniert. Ich schätze mal nicht, weil... Messwerkzeuge, oh, das ist schon mal sehr schön. Das bringt immer gut Holz. Und Profit ist natürlich extrem gering, klar, weil die Truppen wieder alle aufgerüstet sind. Und dann kostet es natürlich auch mehr, äh, ja, wie sagt man, Unterhalt. So, aber jetzt muss ich erstmal hin. Wo ist denn jetzt hier, äh, da? Hand nehmen, so, Genua. Wo bist du? Da. Einhandelsabkommen, hm? Ja, sie machen das sogar. Oh, militärisches Bündnis zu 5000. Hm, die Idee ist gar nicht mehr schlecht. Aber ich biete euch an, statt dem Tribut, unbegrenzten Zugang und sagen wir 2000. Yes! Ein neuer Verbündeter. Freundliche Beziehung. Plus 39. Sehr schön. Das ist auch ein sehr wertvoller Verbündeter, weil Genua ist im Krieg mit Polen-Litauen. Und, ähm, dann können wir mal so langsam, aber sicher, einen Allianz, einen Ring von Allianzen schließen gegen diese dämlichen Polen, die uns hier immer belagern. Und, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. So, das Ding wird jetzt repariert. Die Jungs werden aufgerüstet. Da ist unsere verbündete genuesische Flotte. Und in Paris ist immer noch Remy Demy. Merkur-Verfinsterung, oha. Lustgärten, auch ausgerechnet die, die brauchen ich ganz dringend. Dann müssen wir wohl nochmal Truppen rekrutieren. Vielleicht Milizen, aber so billiger sind die auch gar nicht. Ich nehm trotzdem mal welche. Die können wir später in die Häfen stecken. Hier oben und hier unten. So, der ist nochmal besser geworden. Das ist sehr schön. Hier muss er nämlich immer noch konvertieren. Der hat schon die Hälfte durch. Das wird wohl auch, glaube ich, sein letzter Auftrag sein. Der gute Mann ist nämlich schon 77 jetzt. Holland. Oh, oh, oh. Ich sehe das. Frankreich habe ich gerade eben schon gesehen. Ah, hier sehe ich schon. Aber erst mal noch Neu-Spanien. Alles klar. Die Truppen können wir immer gut gebrauchen. Nehmen die Haubitze und die beiden Infanteristen. Dann ab nach oben. Und da scheinen wirklich keine Truppen zu sein. Kann das sein? Tatsächlich. Da sind keine Truppen. Ich stehe ihn gleich zurück. Also irgendwann müssen wir auch noch mit Spanien uns nochmal betteln. Sicherlich. Aber hier baue ich tatsächlich erstmal dieses... Oh, lass ich das bleiben. Mal gucken. Baubericht. Eisenwerkstätten im Kumana. Sehr gut. Das bringt nochmal richtig Kohle. Große Tabakplantage. Die bringt es auch. Oh ja. Tabak ist sowieso ein großer Geldbringer. Kuba ist eine richtig reiche Ruins geworden. Ich glaube, wir können ihn wieder besteuern. Yes! Noch eine Ruins, die wir besteuern können. Moment mal, das hat doch gar nichts mehr mitgemacht jetzt, oder? Doch. 600 Goldstücke mehr. So. Wird sagen. Außerdem Cylon. Sind hier irgendwelche bösen Maraten? Nein, noch nicht. Dann können wir noch mehr Truppen rekrutieren. Was haben wir denn jetzt? Wir haben viel Kavallerie, Infanterie, Artillerie. Ja, dann können wir eigentlich von allem noch ein bisschen vertragen. Dann machen wir das auch genauso. Infanterie und... Ich finde ja diese VOC-Kavallerie schon fast besser. Wegen den... Indischen... Oh, indische Kavallerie ist auch... Oh, gut. Nehmen wir nochmal indische Kavallerie. Das ist so eine Art Lanzenreiter-Deluxe. Der ist 42, der ist noch jung. Das ist gut. Ansonsten Wehbüte und... Ja, hier Toulouse ist die schöne Fabrik. Und natürlich... Die Forschung und... Na, das... Was ist das hier? Werkzeugmaschinen. Minus 10 Rekrutierungskosten für Landeinheiten. Oh, das ist gut. Mehr Städte, Wohlstand, Keramikfabrik und Sägewerk. Das sollte man nochmal... In Erwägung ziehen. In der Tat. Lassen wir das so. Oder ist das vielleicht irgendwie, wenn wir hier mit Orléans das tauschen? Moment. Wie lange braucht Orléans dafür? Sieben Runden. Und hier braucht... Zwei. Ha! Eine Runde gespart. Sehr schön. Den Rest lasse ich dann mal so. Hier haben wir jetzt... Drei. Linienschiffe zweiter Klasse. Herrlich. Und die schicken wir auch... Oh, die haben eine Riesenreichweite. Sie können momentan kein Amiral rekrutieren. Das werden wir noch ändern. Aber wir haben erstmal eine Riesenreichweite durch unsere ganzen Forschung. Die sind, glaube ich, in zwei Runden hier. Tatsache. Das wird jetzt zu lange dauern. Nordwesten. Oder... Eine Runde mehr. Dann sind wir übersteller in Europa. Also es nix sich nichts. Ab nach Europa, sage ich nur. Ja, ganz von Panama dahin. Nicht schlecht, ne? So. Da sind böse Spanier. Die bleiben böse, aber sind zum Glück ohne Truppen. Also... Nicht so wichtig. Und die werden wir nach Europa schicken. Und zwar um die... Unsere Routen zu befestigen. Und um die schwedische Route. Die immer noch ziemlich wichtig ist für Schweden. Mal so ein bisschen zu belagern. Und zu piesacken. Ich schicke das jetzt mal hier in die Schaluppe. Achterade wurde. Hallo. Darauf. So. Bringt nicht mehr so viel wie beim letzten Mal. Aber... Ein bisschen was. Und da die Schaluppe ja eh Unterhaltskosten hat, kann sie auf diese Art und Weise wenigstens ein bisschen... Zu unserem Staatshaushalt beitragen. Ja, 8000 Profit erwarten in der nächsten Runde. Die elenden Barbaresken. Also Leute, ihr könnt doch mal über den Handelsabkommen vertragen. Oder? Nein. Und die italienischen Staaten, mit denen müssen wir doch eigentlich auch ein gutes Verhältnis haben. Jetzt so um die Ecke gedacht. Wegen Genua und so. Tolle Sachen habe ich im Angebot. Für ein fantastisches Bündnis. Dann nur tolle Sachen. Ja! Yes! Ja! Handelsabkommen. Oh, das bringt 1000 Goldstücke zusätzlich. Sehr gut. Ui, die haben es auch... Ja, die sind reich, die italienischen Staaten. Die sind reich. Und, äh, das bringt's. Das hat's gebracht. Oh, sehr schön. Vielleicht sind ja diese... Diese Industrietechnologien scheinen teilweise am überzeugendsten zu sein. Vielleicht machen die es ja auch. Nein. Könnt ihr das gebrauchen? Nee. Aber ihr habt... Gleichschritt vielleicht. Auch nicht. Aber immerhin italienische Staaten. Das ist schon mal gut. Schweden. Polen, Litauen. Oh, Verfässerung. Sechs Tand. Friedensvertrag, Handelsabkommen. Nein. Das werdet ihr noch bereuen. Egal. Italien ist auf jeden Fall ein neuer... Ja, Verbündeter kann man nicht sagen. Aber ein neues Handelsabkommen haben wir immerhin. Immer noch unfreundliche Beziehungen. Aber das wird sich jetzt ja verbessern durch das Abkommen. Mit Quebec haben wir gute Beziehungen. Da kann man auch irgendwann nochmal ein Bündnis mit abschließen. Noch nicht. Aber Venedig ist ja im Verbündet mit Italien. Zur Zeit nicht akzeptabel. Zur Zeit nicht akzeptabel.